Und hallo zusammen, willkommen zum Unboxing von Halo 5 Guardians für die Xbox One, seines Namens mein erstes Xbox One Spiel überhaupt. Und ja, das ist die gute Verpackung und keine Special Edition oder irgendwas und ist klar, das Spiel gibt es natürlich nur für Xbox One. Ich bin gespannt, was dann tatsächlich in einem der modernsten Spiele unserer Zeit tatsächlich noch in so einer Verpackung drin steckt. Insbesondere eben auch, weil es meine erste Xbox One Verpackung ist. Aber ich wiederhole mich. Gut, das ist das gute Stück. Wir sehen auf der Frontseite den guten alten Master Chief und den neuen Spartan, nämlich Agent Locke oder Agent Locke, wie ihn der Amerikaner nennen würde. Gut, das Spiel ist USK 16, 100% Uncut. Gibt es überhaupt ein gekattetes Halo 5? Na gut, das macht sich halt das Marketing-Sprung relativ gut, ja. 100% Uncut. Hm, ein Spiel für Erwachsene. Gut. Produzent Microsoft Studios ist klar und die Entwickler 343 Industries. Und auf der Rückseite ein paar Bildchen und die üblichen Marketing-Texte. Entdecke die Wahrheit. Hier sehen wir dann auch die verschiedensten Rüstungsvariationen der Spartans, weil in diesem Spiel gibt es ja eine neue Generation von Spartans, aber mehr dazu dann im entsprechenden Let's Play. Eine unaufhaltsame Macht. Na, ich muss mal näher rangehen. Ohne Brille erkenne ich das nicht. Bedroht die Galaxie und der Master Chief wird vermisst. Eine nervenzerreißende Singleplayer-Kampagne und zwei neue Multiplayer-Modi machen Halo 5 Guardians zur spektakulärsten Halo-Erfahrung aller Zeiten. Uiuiui. Eine packende neue Story. Entdecke und erobere drei neue Welten als Master Chief und Spartan Locke, entweder alleine oder im Koop mit für bis zu vier Spieler. Das ist natürlich tatsächlich sehr cool. Und umfangreiche Multiplayer-Inhalte. Da verschluckt es ihm gerade die Zunge. Jeden Monat ab Veröffentlichung weitere Karten und brandneue Inhalte, wie zum Beispiel Waffen und Ausrüstung. Hört, hört. Und da sehen wir zum Beispiel hier einen der neuen Multiplayer-Modi. Warzone. Seines Namens ein Multiplayer-Modus, der sowohl PvP-Inhalte hat, also Team Blau gegen Team Rot, als auch KI-gesteuerte Gegner, inklusive Bossen und vielen mehr, um mal das Marketing geschwafelt zu übernehmen. Alles klar, Arena ist dann auch noch. Gut, das ist so der klassische PvP-Modus. Fertigkeitsbasierte taktische Wettkämpfe für acht Spieler. Und es gibt ein Belohnungssystem, wo wir eben verschiedene Kärtchen bekommen und diese dann in Waffen, Fahrzeuge, Fähigkeiten und so weiter einlösen können. Ist ja wundervoll. Jetzt wollen wir aber mal reingucken, was in dem hübschen Ding drin ist. Mittlerweile, also jetzt seit der Xbox One-Generation, sind diese Packungen ja auch in Blu-Ray-Größe gehalten, wie also damals schon die Playstation 3-Verpackungen und die PS4-Verpackungen natürlich auch. Und im Gegensatz zur PS4-Verpackung hat es hier eben nicht so ein schönes Teil zum Aufreißen. Zumindest kann ich keins erkennen, sondern wir müssen uns da unten reinfummeln. Aber es geht einigermaßen. Wenn wir uns erstmal den Weg gebahnt haben, sind wir auch unaufhaltsam. Ähnlich dem Master schief. Ach, und da schließt sich der Kreis. Gut, schwupp, Müll beiseite. Ach ja, hier ist ja immer dieser Originalitätsverschluss, den man so schön elegant hier aufklipsen kann. Flupp, sämtliche Garantieleistungen erlischen in diesem Moment. Gut, das ist dann die... Oh, warum geht das so zäh? Mal aufpassen, dass einer Kaugummi drunter geklebt hat. Die Blu-ray von Halo 5. Original verpackt, dementsprechend in einem guten Zustand. Mehr erwarten wir auch nicht. Gut, im Hintergrund sehen wir, es gibt leider kein Wechselcover, sondern so bloß ein paar hier, was weiß ich, Herstellergarantie, Sicherheitshinweise und so weiter. Braucht kein Mensch. Ach, gleich mal ein bisschen Werbung für die beiden neuen Halo 5 Xbox One Controller. Einmal in der Agent-Log-Version und einmal in der Master Chief-Version. Also die sehen sehr schick aus. Ich finde es eine nette Idee. Why not? Gut, und dementsprechend gibt es auch Astro A4-Headsets. Halo Edition. So ein Astro A40-Headset habe ich übrigens. Allerdings in einer, was weiß ich, 2013 Gaming Edition oder irgendwas, eine andere Farbe. Auf jeden Fall ein sehr cooles Headset. Ist auch das, womit ich gerade zum Beispiel mein Audio aufnehme. Aber ich finde das nett. Ich finde das eine nette Idee. Und wie gesagt, es sind wirklich sehr, sehr coole Headsets. Dann gibt es, oh, einen 14-tägigen Xbox Live-Gutschein. Den kann ich gut gebrauchen. Da habe ich mittlerweile so viele rumfliegen, dass ich da ein paar Wochen und Monate mit durchkommen sollte. Ja, und das war es auch schon. Ich habe es mir leider gedacht. Anleitung ist Fehlanzeige. Das gibt es in modernen Spielen nicht mehr. Aber gut, ich freue mich jetzt auf jeden Fall riesig auf das Spiel und auf das passende Let's Play dazu. Das werde ich zusammen übrigens im Zwei-Mann-Koop zusammen mit Robli machen. Und ja, ich würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Wenn das Unboxen hier draußen ist, wird dann, was weiß ich, eine halbe Stunde später auch das passende Let's Play dazu gelauncht. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr dementsprechend wieder reinschaut. Hat es euch gefallen? Wird daran denken, Däumchen nach oben. Freut mich besonders. Und ansonsten danke erstmal fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.